Wahnsinn! Wie schön und schlank du sofort mit diesen drei Outfit-Tipps in deinem neuen Kleid aussiehst. Doch zuvor noch der Hinweis, in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich dir, wie du dieses Kleid bis zu 87% günstiger halten kannst. Und nun zu den versprochenen Outfit-Tipps, denn diese erfährst du, wenn du hier oder unterhalb vom Video auf den Link klickst, denn da gelangst du zum Komplett-Outfit mit allen Tipps und Tricks rund ums Komplett-Outfit. Klicken! Unterhalb vom Video findest du auch einen Link, wo du draufklicken kannst und zu den krassen Sales zu diesem Kleid gelangst. Okay, letzte Chance. Wenn du jetzt zum Komplett-Outfit gehst, verspreche ich dir, habe ich noch eine spannende Überraschung für dich. Bis zum Komplett-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit